Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Das heutige Thema ist HTML-Tabellen. Ja, die schauen wir uns heute nochmal genauer an. Und zwar, wie man das Ganze sich stylen kann, aufwerten kann mit CSS. Und ich habe da schon mal eine kleine Tabelle vorbereitet, ja, mit so ein paar Daten. Und wir benutzen natürlich wieder den Visual Studio Code. Und ich habe dazu einfach nur mal eine Index-HTML angelegt und eine Style.CSS-Datei, die aktuell noch leer ist. Und hier, freien von der HTML-Struktur hier, haben wir hier ein normales Table-Tag, dem ich schon eine Klasse vergeben habe, Content. Und wir haben hier den Tabellen-Header, ja, mit unseren Kopfzellen und den Tabellen-Body mit den eigentlichen Datensätzen, ja, drei Stück. Ja, und so sieht das Ganze im Browser aus. Ja, durch diesen Table-Head-Tag werden hier schon mal die Felder oben FET geschrieben. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ja. Und was man jetzt hier zum Beispiel im HTML noch machen kann, ist zum Beispiel sich ein Border setzen. Ja, den könnte ich mal hier auf 1 setzen, ja. Dann sieht das Ganze so aus, ja, sieht richtig ansprechend aus. Und was man zum Beispiel noch machen könnte über HTML, ist das Cell Spacing zu setzen, ja. Zum Beispiel 10 könnte man da nehmen. Dann tut man hier den Abstand zwischen den Zellen einstellen. Das ist vielleicht ein bisschen groß. Ich mache mal 5. Ja, das sieht schon besser aus. Und da gibt es noch Cell Padding. Das ist dann der Innenabstand, ja, den man setzen kann. Der Abstand innerhalb jeder Zelle, ja. Das könnte man zum Beispiel mit HTML machen. Sieht aber noch nicht so ganz so professionell aus, das Ganze. Und da weichen wir jetzt mal auf CSS aus. Ja, das mit dem Cell Spacing und Cell Padding, das nehme ich mal raus. Das will ich dann mit CSS machen. Ja, und als allererstes setzen wir uns hier ein paar allgemeine Styles. Zum Beispiel Box Sizing wäre ganz wichtig. Ich stelle es mal auf, nicht Content Box, ich will Border Box. Warum ich das mache, ich habe dazu mal ein Video gemacht. Ich verlinke es mal oben in der Infocard und unten in der Videobeschreibung, ja. Damit kann man so einige Sachen erleichtern. Oder ist es besser, die Breiten und die Höhen zu setzen von einem Element. Ja, so, die Kurzfassung. So, und dann möchte ich die Font Size setzen auf ein Rem, ja, dass das gleichmäßig verteilt ist, das Ganze. Und die Font Family, nehmen wir hier so, ja, dieses Apple System, ja, das sieht ganz, ganz okay aus. Ja, und dann sieht das Ganze so aus. Ja, spektakulär. Und jetzt haben wir hier unsere Tabelle. Und da kannst du hier auch direkt so diese Content Klasse selektieren, dass wir nur die Tabelle selektieren, die die Klasse Content hat. Und als allererstes möchte ich gerne Border Collapse setzen. Auf Collapse. Normalerweise ist hier der Default-Wert Separate, aber ich setze es mal auf Collapse. Und zwar, der Unterschied ist, ich tue mal noch nicht speichern. Jetzt siehst du ja bei, das, also jetzt siehst du ja, dass bei jeder Zelle ein Rand existiert. Ja, jede Zelle hat seinen eigenen Rand drumherum. Und wenn ich das auf Collapse setze und speichere, dann teilen sich die Zellen, die aneinander liegen, einen Rand, ja. Kann man somit besser stylen, ja. Ich nehme das Border jetzt aber mal raus, weil das will ich im Endeffekt dann auch mit CSS setzen, ja. Dann sieht das Ganze erstmal wieder so aus. Und was können wir hier noch machen? Wir könnten ein bisschen Abstand hier einstellen, nach oben und nach unten. Zum Beispiel 32 Pixel, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und ich hätte gerne eine Mindestbreite von vielleicht 400 Pixel, dass sich das ein bisschen mehr aufteilt. Dass das hier aufgelockert ist, ja. Nicht wundern, dass die Tabelle hier so groß ist. Ich habe hier im Browser das mal hochgezoomt auf 300%. Das ist auch der letzte, ganz hinten in der Reihe, auch ordentlich sehen kann, ja. Okay, was können wir noch machen? Und zwar, ja, das soll es erstmal gewesen sein, ja. Zu der Klasse Content. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Bereichen. Zum Beispiel den Header, den Tabellenheader, ja. Und da haben wir das TR-Tag, das möchte ich gerne stylen. Und dem möchte ich gerne eine Hintergrundfarbe geben. Irgendwas, irgendwas, was ordentlich reinballert, ja. Farben zu verwenden ist immer eine gute Sache. Zum Beispiel Rebecca Purple. So, können wir mal gucken, wie das aussieht. Dann sieht das schon mal so aus, okay. Dann müssen wir natürlich die Schriftfarbe noch auf weiß setzen, ja. Dann sieht das Ganze so aus. Und ich merke das nicht, dass das oben so eckig ist. Deswegen setze ich hier mal ein Border Radius. Border Radius. Und bei Border Radius, da kannst du auch jede einzelne Ecke bestimmen. Und ich setze mal 5 Pixel. Das ist die linke obere Ecke. Und das geht dann im Uhrzeigersinn weiter, ja. Rechts oben, ja, dann 5 Pixel. Rechts unten 0. Und links unten auch 0. Ja, gucken wir mal. Geht nicht, weil mir fehlt noch ein Overflow hidden. Ja, die Ecken gucken drüber hinaus. Ja, deswegen hier ein Overflow hidden. Und dann ist das Ganze abgerundet. Links oben und links unten. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, was haben wir noch? Wir könnten hier zum Beispiel Font Weight nochmal auf Bold setzen. Ja, ist ja ohnehin schon. Aber auch nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Und Text allein. Left. Ja, dann sieht das hier linksbündig aus. Weil normalerweise, wenn ich das hier wieder wegnehme, falls du dich daran erinnerst, dann ist das zentriert. Dann sieht das aber nicht so schön aus, weil ich hätte gerne den Tabellenkopf, diese Titel und bei diesen Datensätzen, die Inhalte so in einer Flucht, ja, dass das besser aussieht. Dann tue ich das wieder reinnehmen. Text allein. Left. So, da kannst du den Text nach links ausrichten. So. Was können wir noch machen? Wir können nochmal ein neues. Dann kann ich mir das mal kopieren hier, weil ich bin so schreibfaul. Ja. Und TH könnte ich machen, ja. Und die Zelle. Also ich möchte gerne die Zellen für den Tabellenheader definieren und für die normalen Zellen, ja. Da tue ich mir beides selektieren. Und da will ich einfach mal ein Padding setzen. Ja. Zum Beispiel 12 Pixel nach oben und unten und 16 Pixel jeweils zur Seite. Dann haben wir schon mal mehr Space. Ja. Dann ist das nicht so aneinander geklatscht. Sieht schon mal besser aus. Und jetzt fehlen natürlich noch so ein paar Linien, die wir uns hier einrichten können. Ja. Da selektiere ich das. Und die will ich nur für den Tabellen Body haben. Für die Datenzellen. Ja. Und da selektiere ich das TR Tag. Ja. Also jeweils hier dieses Element. Ja. Für jede Zeile. Und dann nehme ich Border Bottom. Das wäre quasi der Rand nach unten. Und nehme hier einen Pixel Solid für eine durchgehende Linie. Und so ein Grau. Ja. Können wir mal so einen Hexwert nehmen hier. Ja. Das ist die Kurzform. Normalerweise brauchst du hier ausgeschrieben so. Also immer sechs Zeichen. Aber wenn das alles die gleichen Zeichen sind, dann kann es auch abkürzen. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Dann haben wir schon mal so eine Linie für jede Zelle. Ich möchte aber, dass die unten diese Linie in Rebecca Purple ist. Ja. Wie können wir das selektieren? Nehmen wir wieder den Tabellenselektor hier. Und dann wieder für T-Body, TR. Und dann gibt es dann so ein Pseudo-Element, was du hier nehmen kannst. Und zwar das letzte von diesem Typ. Last of Type. Ja. Also das letzte TR-Element möchte ich mir jetzt selektieren, welches in T-Body enthalten ist. Ja. Ich tue hier mal wieder unseren Anweisungsblock hier schreiben. Und wieder Body bottom. Und das mache ich ein bisschen fetter. Zwei Pixel. Ja. Wieder Solid. Als durchgängige Linie. Und als Farbe natürlich unser geliebtes Rebecca Purple. Und das sieht das Ganze schon mal so aus. Ja. Jetzt könnte man natürlich ein nice to have wäre natürlich, wenn man hier noch so eine aktive, so einen aktiven Datensatz sich markieren könnte. Zum Beispiel, wenn man da noch sucht, ja, dass dieser dann hervorgehoben ist. Oder wenn man zum Beispiel mit der Maus drüber geht und so weiter. Da kann man sich noch so eine Active-Klasse sich anlegen. Ja, ich nehme mal hier diesen zweiten hier. Ja. Zum Beispiel Class Active. Ja. Dann kann ich mir hier wieder diesen Selector hier nehmen. So. Natürlich wieder ein T-Body. TR. Und wenn diese die Klasse Active hat, dann könnte man hier einen alternativen Stil sich anlegen. Zum Beispiel, wo könnte sie das Fett machen? Ja. Dann ist das schon mal so hervorgehoben. Ja. Und was noch cool wäre, ist die Farbe wieder auf Rebecca Purple zu setzen. Ja. Dass das auch farblich hervorgehoben ist. Und das sieht das Ganze so aus. Ja. So könnte man sich eine Tabelle stylen mit CSS. Ja. Du fragst dich natürlich, wie kann man das Ganze jetzt responsive gestalten? Und da bin ich persönlich der Meinung, Tabellen funktionieren auf mobilen Endgeräten einfach nicht, ja. Weil das ist ja zwar noch eine einfache Tabelle mit nur vier Spalten, aber es gibt durchaus Tabellen, die viel mehr Spalten haben. und das lässt sich einfach nicht sauber darstellen. Da würde ich dir persönlich empfehlen, anstatt einer Tabelle eine andere Darstellungsform zu wählen. Tabellen sind wirklich ungeeignet für mobile Endgeräte, ja. Diese responsive darzustellen, finde ich von der Usability her überhaupt nicht gut. Weil entweder muss man dann nach rechts scrollen, ja, um sich die Tabelle anzuschauen, oder man macht die Tabelle die einzelnen Spalten als eine Art Slider, aber so rein von der Handhabung her und von der Übersicht her ist das in meinen Augen immer schrecklich, ja. Dann lieber eine andere Darstellungsform nehmen, ja, und die Daten gebündelt untereinander anzeigen, in normalen Diff-Elementen, ja, zum Beispiel in einer Art Karte oder so, dass man das einfach in einem anderen Darstellungsformat hat, ja, angepasst an das mobile Gerät, ja, das würde ich empfehlen. Ja, aber das wäre ein anderes Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben, ich würde mich freuen. Ansonsten empfehle ich dir wie immer das nächste Video. Bis gleich. So, und jetzt noch einen Schluck Kaffee, wenn es dunkel ist.